Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Doch, 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 ganz düstlich, äh, Kutscher, Arnold. Ach, warte mal los, äh, die Liederlackung, äh! Weißt du, Lieben, so, als der Linde, liebe Kübel, Herr, das verdient er mir ganzen Leben. Sie wär ja so warm jetzt, und sie hätt ja so viel mitgefordert, sagen wir. Sie hätt mir die Wünsche von den Helden nachlesen. Sie hätt mir nicht nur Medikamente gehofft, bevor ich die Krankheit hatte. Sie sagten, oh, du warst das, Jörg, ey! Ich werd gar nicht von den letzten, das ich überlebt. Das hätt ich nun bald alles zu erzählen. Äh, sehr viel, ey, was tut von den Süßen von Telles? Bin ich mir ganz sicher, da tut mir alle Hose viel. Ach, äh, für alle Hose gibt da nichts Scheuneres, als ein Mann zu vergonnen. Hätt sie tatsächlich. Sehr, was feult, eine Frau, mach ich sagen. Eine Frau feult. Und hier, die Kippe und Fenster. Die Kutsch, hätt ich für schon meine Liste. Eine Kutsch vor, durch die Bläuen der Heide. Hans Herre, was sechst du, Leute? Wann, was kannst du denn so denken? Oh, sech, du trägt doch doch in seiner Kutsch nicht ein von alles Sieben. Nee, nee, Hans Herre. Und die Kutsch, hätt ich wohl die Glorie. Und, äh, und sag, ich hab das noch nicht. Ne, toll, ich hab hier mal. Dessen, grübe Kutsch, den gibst du er einen passenden Moment. Ich lege mich an, was du ahnst, denkst du. Oh, okay, sag ich mir denn, wenn der richtige Moment ist. Was? Ja. Wann, wir müssen das Denver geben. Wenn du das hier, was? Wann, wir lassen das jetzt mal? Ja. Du bist. Das sind die några berlin der Großen. Das sind nur, wenn wir da die Spohlen. Aber es kommt nach dem Job an. Ich lege das. Das ist ein Gott. Ich lege das. Das ist ein. Nein, ein Liefer Papa. Ich lege das. Ich lege das. Ich lege das. Ich lege das. Doch wohl, bitte. Infektiöse gastroenteritis. Infektiöse gastroenteritis. Ja, richtig. Und Teufel sind Tee. Drei Uhr hat das für mich. Ja. Auf den herrlichen Lohnwunschgelenden. Alle Hosen. Er kommt von der Ähnlichkeit, von der innerlichen Lohn. Und was wäre das für den Wunsch, Hans-Herbert? Ja, wo fang ich da denn wohl an? Da finde ich so... Aber du musst mich selten, wenn du gar nicht unangenehm. Unangenehm? Also das läuft nicht ganz selber. Ganz bestimmt. Ja. 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 Bei dieser Krankheit gehe ich arranged nicht mehr. Ja. Blast halb zwei, von ich lebe Stimmweckmann, darauf kann ich nicht verzichten. Untertitelung des ZDF, 2020